Musik Gesund älter werden, das will Avantage zusammen mit Betrieben und Mitarbeitenden verwirklichen. Dafür hat Avantage verschiedene Leistungen und Programme. Es ist mir sicher durch den Kopf gegangen, ich kann das nicht, ich habe das noch nie gemacht. Und wenn sie es gemacht hätten, ist es sicher in der Pubertät gewesen. Einerseits Seminare für Mitarbeitende, andererseits Trainings für Führungskräfte, drittens Events für den Generationenaustausch im Betrieb und als letztes arbeitet Avantage noch mit in Forschung und Lehre. Also 40 Jahre Tätigkeit ausüben ist ja nicht müde und prägt ja die eigene Person. Also ist da nicht weiter der Stuhl. Damit Avantage das verwirklichen kann und das gelingt, setzt Avantage einerseits bei den Verhältnissen an, also im Betrieb, bei jüngeren Betriebsverantwortlichen, die mit älteren Mitarbeitenden zu tun haben, aber andererseits auch bei der Entwicklung vom Einzelnen, wie kann ich meine Fähigkeiten im Lauf vom Berufsleben noch einsetzen und nach der Berufstätigkeit noch weiter nutzen. Avantage erwirtschaftet sein notwendiges Betriebskapital selbst, unabhängig von zusätzlichen Leistungen und kann deswegen schon bei 40-Jährigen einsteigen und sie bis zum Ende von ihrer Berufstätigkeit begleiten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 COW